Freunde, herzlich willkommen zur Roomtour 2022, meine erste Roomtour generell. Philo ist heute mein Kameramann. Philo, du hast die Wohnung ja schon gesehen. Ich werde sie dir aber trotzdem nochmal präsentieren und euch natürlich auch. Es ist noch work in progress, ist noch nicht alles fertig, aber ich habe die letzten ein, zwei Wochen richtig geackert. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an und gehen einfach zu den Zimmern entlang. Hier im Westflügel beginnen wir direkt mit dem Badezimmer. Nein, es ist nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Duschfarne, man kann baden, wenn man Bock hat. Habe ich auch schon einmal gemacht bisher. Ansonsten finde ich Duschen mit so Duschvorhang immer so ein bisschen so chillig. Ich habe eigentlich auch eine andere Dusche drüben, die sehen wir gleich noch, aber da ist aktuell wegen Bauarbeiten so ein bisschen schwierig. Ansonsten sind hier ein bisschen die Beauty-Selection. Ihr seht, ich bin jemand mit hohen Ansprüchen, 3 in 1. Ja, ansonsten hier ein bisschen eine kleine Selection an Düfte. Ich muss sagen, das hier ist gerade mein Lieblingsduft. Wie spricht man das aus, das Wort oben? Allure Omsburg von Janelle. Ansonsten ein Klassiker aus meiner blöde Janelle. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Dieser Armand, die Stronger View ist auch immer geil. Und hier, ich hau es jetzt raus. Viele von euch haben immer gefragt, Dominik, was ist dieses Geheimparfüm, von dem du all die Jahre gesprochen hast? Es ist Mercedes-Benz Intense. Ich glaube, das wird aber nicht mehr hergestellt. Oh, Philo, ein Glensprayer. Oha. Es riecht männlich, aber nicht so zu doll. Manche Parfüße, die riechen dann nach Holz und Leder und so. Der kommt auch frisch, aber auch geil. Ansonsten hier noch mein Schmuckstück, Alter. Dieser Samsung Waschtrockner. Aber ich benutze es eigentlich fast nur als Waschumschiene, weil das Trocknen dauert eine Letze so 4 Stunden. Wir finden in deinem Bad übrigens was, was dich wahrscheinlich durch die ganze Wohnung ziehen wird und vielleicht auch so ein kleines Geheimnis von dir offenbart. Oh. Oh. Stimmt. Auf dieses offensichtlich sehr gestagete Deko, die hier so steht, bin ich jetzt nicht so eingegangen. So sieht es immer aus bei mir zu Hause tatsächlich. Das steht eigentlich immer genau so da. Aber du sagst schon, Duftkerzen bin ich ein kranker Fan. Das ist kein Placement mit Woodwick hier, aber ich lasse dich jetzt mal dran riechen. Boah, krass. Das ist Caramel Toasted Sesame. Ja, das ist krass. Da hinten steht auch eine. Die ist dann zum Baden. Ohoho. Ich finde, so Duftkerzen und Stuff ist schon geil, vor allem im Winter. Ey, perfekt. Dann lass direkt mal weitergehen. Ins Schlampfzimmer. The Magic Happens. Herzlich willkommen. Klein, aber fein, sage ich. Hier wird gefickt. Meistens hier so. So schräg. Sehr, sehr praktisch ist, man hat auf dieser Seite einen Spiegel komplett über die Breite. Bro, ich finde, Du hast wirklich innenarchitektische, innenrichtungs- einfach Skills. Dieses Grün ist geil mit dem Grün, mit diesem Braun, mit der Lampe, mit dem Grau, mit der Wand. Die Lampen ist auch nochmal grün. Boah, krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, die hat auch nochmal so ein bisschen Grünschimmer drin. Die Wand habe ich auch selber gestrichen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte halt im Rob-Haus diese Lampe und diese Bettwäsche. Das war halt noch so ein bisschen random. Und dann, als ich hierher bin, dachte ich, ey, will ich jetzt so alles auf Grün machen? So wird das jetzt hier das Motto. Und ich fand's geil. Bilder auch so naturmäßig. Eine zweite Lampe gekauft. Auch jetzt so eine Lampe hier oben gekauft, die so auf Naturbasis kommt, wie so eine Blüte oder so eine Scheiße. Und das macht diesen Raum einfach irgendwie mega entspannt, finde ich. Man schläft hier einfach geil drin. Rumpfschrei. Noch was zu dem Schrank. Da haben wir ihn auch nicht rumgelassen. Okay, was richtig scheiße ist bei Spiegel, Digga, man sieht immer die Fingerbrücke. Das ist Fakt ab. Aber jetzt schaut, was ich hier eingebaut habe. Automatische Licht. Hier seht ihr meine reichhaltige, die Tiefes müssen ein bisschen graparende Wäsche wohl. Meine reichhaltige Klamottenauswahl. Ich habe halt, als ich das hier eingeräumt habe, zum ersten Mal gecheckt, wie viele Hoodies ich habe und wie wenige T-Shirts. Ich bin so ein richtiger Hoodie-Typ für den Winter. Aber das ist geil hier mit diesen Lampen. Und die gehen dann, wenn du es zu machst. Krass. Das sieht aus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stylisch. Ey, let's move on, guys. Okay? Die sind gerade oben stylisch, oder? Ja. Die ist geil. Da hänge ich halt nie was hin irgendwie. Warum? So hinter vielleicht Jacken. Ich weiß nicht, was soll man da hinhängen? So, ich habe halt keine Jacken. Oh, ey, guck mal was. Du hast keine Jacken? Naja, für den Winter halt, aber jetzt nicht für den Sommer. Keine Überziehjacken? Hoodie halt. Hoodie mit T-Shirt. Das ist das Wärmste, was ich jemals brauche. Krass. Ich schwitze aber auch schon, wenn ich irgendwie eine Decke von A nach B hier im Haus trage. So, deswegen bin ich ein warmer Typ. Und das nächste Zimmer wartet. Und das ist der Schatz-Scaming-Zimmer. Sieht ein bisschen wild aus vielleicht noch. Das ist der Raum, der, glaube ich, noch am meisten Work in Progress ist gerade. Vor allem hier beim Setup. Da habe ich jetzt erst gestern die Monitore auf diese Schwebehalterung hier gepackt. Tisch ist fahrbar. Sage ich euch ehrlich, hat mein Leben verändert. Wirklich so krass. Also ich habe es erst so zwei, dreimal benutzt. Aber ich sage euch wirklich eine Sache. Morgens mit einem schönen Esprosini, Espressutini, hier dich hinzustellen. Du weißt, wie es ist. Man hat so Mails so, hallo Dominik, möchtest du gerne diesen Rasierer oder so eine Scheiße halt bewerben oder sowas? Dann schreibst du, hallo, leider, nein. Und das im Stehen zu machen, ist einfach geil. Oder was ich auch schon zweimal gemacht habe, dreimal, im Stehen den Stream anfangen. Das ist stylisch. Und du kommst mit einer anderen Energy hier rein. Okay, krass. Wirklich. Ja, das ist das Setup. Das wird jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen geil gemacht. Auch hier mit so einem Cable-Management-Schlauch und so. Ich will es auf Ernst hier nice machen. Akustisch habe ich hier losgelegt. Ihr seht oben diese Schaumstoffmatten. Die gibt es viermal hier da drüben auch noch im Raum. Und hier in der Ecke sind diese Busstraps, die quasi hier so, keine Ahnung, den Bus rausnehmen sollen oder I don't know. Die Couches finde ich auch noch ein Highlight, denn die kann zu einer Schlafcouch werden. Das heißt, ich habe dann hier drin halt einen kompletten Gäste-Schlafplatz. Und was ich überlegt habe, was ich glaube auch machen werde, ich werde von hier im Sitzen Teile im Stream machen. Ich werde irgendwie mein Mikro hier sucht, noch ein zweites hinbauen, die Cam so ausrichten, dass ich einfach von der Couch hier hin, so auf Late Night, 23 Uhr, Just Chatting mit euch machen kann. Wollen wir kurz gucken, wie das aussehen würde? Ey ja, hier, Eric schreibt gerade im Chat, dass er auch einen krass kleinen Pimmel hat. So, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ich habe natürlich einen sehr langen. Aber ey Eric, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Ja, ansonsten, worüber ich sehr froh bin, ist, dass ich auch endlich ein bisschen Stauraum habe. Hier kann ich so meine ganze Scheiße irgendwie einsortieren. Hier ist, glaube ich, Podcast-Equipment drin. Ja, genau. So, das ist nice. Das befähigt den Allmann in mir. Diese Schaumdinger kommen noch an die Wand ran. Und dann ist das Ding, glaube ich, hier. Da, Neon-Sign. Stellt es euch vor. Boah. Reese? Reese. Hier diese Wave-Pads noch. Dann ist das hier wirklich ein Baba-Raum. Mach mal Tür zu und mal einen Schlagtest. Der Sound ist jetzt schon ziemlich geil. Also, wenn ihr wüsstet, wie es hier vorher drin war, das war wirklich Katastrophe. Du hattest hier einen Krankenhalt drin und jetzt ist es... Man hat noch irgendeine weirde Frequenz, aber die ficken wir noch raus. Das nächste Zimmer wäre dann hier. Das ist das Gästebad, von dem ich gesprochen habe. Hier ist ein Klo. Dieser Spiegelschrank, der ist auch ganz geil. Den habe ich auch von der Vormieterin übernommen. Der hat übel viel Platz. Geil. Und hat theoretisch die Dusche. Also, hat eine bodentiefe Dusche. Das ist aber das, was ich meinte. Das muss repariert werden. Das ist irgend so eine... Irgendeine Vliese ist locker oder spätestens jetzt ist sie locker. Und ich habe zu dem Vermieter auch gepitcht, dass wir statt hier im Duschvorhang so eine Glasscheibe reinmachen, die dann wie so eine Tür aufgeht. Und da bin ich einfach hier drin nur noch so lecker. Und dann so... Das wird sehr, sehr geil. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu meinem persönlichen kleinen Highlight, wo ich jetzt auch die letzten Tage sehr, sehr viel gemacht habe. Und zwar... Stimmt. Den Handtaschenhalter hier. Ein einziger Handtaschenhalter. Du hast doch eine Handtasche dabei, Philo. Ja, true. Komm, dann hängen die doch kurz auf, oder? Sir, könnten Sie mir bitte den Handtaschenhalter öffnen? Sehr, sehr gerne. Wahnsinn. Siehst du mal, Digga. All right, komm mit. So zumal. Sehr, sehr geiler Raum. Ich fühle mich extrem wohl hier, seitdem es auch die neue Couch da ist. Ey, diese Couch hier ist so krank bequem. Zugegebenermaßen, ich habe einiges dafür zahlen müssen. War es mir auch wert für meine erste Wohnung. Ich musste mir generell viele Möbel kaufen. Aber ich wollte mich halt wohlfühlen. Und da kommt mein Partner des heutigen Videos ins Spiel, und zwar Anything. Freunde, ihr kennt es, es passiert schnell. Ihr wollt was kaufen, was Teures, zum Beispiel Möbel für die Wohnung. Und dann gibt es als Angebot Ratenzahlung. Ihr klickt drauf, weil ihr das Geld gerade nicht habt, oder einfach später zahlen wollt, und seid mit richtig beschissenen Zinsen gefangen, und kommt dann nicht mehr raus. Da kommt Anything ins Spiel. Denn bei den Akten könnt ihr quasi eure jetzige Ratenzahlung einreichen. Anything gibt euch da ein neues Angebot mit besseren Zinsen. Ihr könnt dann überlegen, habt ihr Bock drauf oder nicht, und das Ganze akzeptieren. Wenn ihr das tut, zahlt die Bank von Anything den Kredit für euch quasi ab. Und ihr zahlt dann bei der Bank von Anything mit einem neueren, besseren Zinssatz diesen Betrag ganz einfach entspannt zurück. Und mit dem Code REESE könnt ihr jetzt sogar noch 20 Euro auf eure erste Rate sparen. Also checkt es auf jeden Fall ab, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen weiter in die Küche. Freunde, hier oben ist Sexfaktor Nummer 1, Sexfaktor Nummer 2 und natürlich der Thermomix Sexfaktor Nummer 3. Ja, das ist die Küche. Ist fast so ein bisschen das Schmuckstück irgendwie. Aber es ist halt irgendwie eine Kochinsel, so halt, und irgendwie auch nicht. Es ist extrem geil für Kochstreams oder Videos. Ihr habt mich ja auch schon zweimal in diesem Setting hier gesehen, einmal mit Crispy Rock zusammen sogar. Hier acker ich hier wirklich jeden Tag. Hab hier auch den Thermomix am Start, ist aber nicht mein eigener. Der ist von meiner Freundin. Jetzt hat mir hier meinen Kaffee, hat mir da eine geile Maschine rausgelassen. Ey, ich hab so Roomtouren gesehen, das hier im Vorfeld, wo Leute wirklich so jede einzelne Schublade vorgestellt haben. Aber ich glaube, wen juckt's? Können die nicht eine andere Farbe auch? Du hast recht, hab ich gar nicht vergessen. Leider hat der Vermieter keinen Spürsinn bewiesen damals und hat kein Philips Hue eingebaut. Aber mit der kann ich halt alles steuern. Schau mal, ich kann hier Farbe changen. Ich kann auch die Helligkeit irgendwo changen. Ich kann weiß machen, ich kann auswäumen. Schau mal, schau mal, was die kann. Geil, Tanz! Also Küche, wie ihr gesehen habt, sehr, sehr geil. Generell ist die Wohnung sehr wild. Den anderen Teil des Wohnzimmers, den eigentlich den wichtigen, im Fernseher, der ist auch im Stadion, habe ich jetzt auch noch so ein bisschen schön dekoriert. Ich finde, das kommt wild mit diesem Licht da unten drin. Habe ich selber gebaut. Auch mit Philips Hue mal wieder. Ansonsten hier die Bilder, Shoutouts auch, die sind von Niklas aus dem Büro. Ich verlinke euch einfach mal unten in der Beschreibung. Das sind quasi alle selber geschossene Bilder von den Atzen, die man bei denen kaufen kann im Shop. Also checkt da mal gerne aus, wenn ihr auch irgendwie Bock habt auf nice Bilder oder so ein Stuff. Das war es mit der Roomtour. Meine allererste. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr meine Wohnung so raten würdet. Was würdet ihr anders machen? Schreibt ein paar Vorschläge, Deko-Ideen, haut gerne alles unten rein. Ansonsten das super gerne Like und Abo da. Und vergesst nicht, bei anything vorbeizuschauen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.